Also so kann ich, also das ist unglaublich, jetzt reisset euch mal zusammen, so kann man nicht proben. Meint ihr, ihr könnt euch da für Euro-Dink-Contest oder wie das Zeug heisst, quafilisieren? Hä? Könnt ihr nachdenken. Da heisst ja wieder, Switzerland, zero point, nicht wahr? Ja, Donnerstag ist das, das ist nicht das Gleiche. Da müsst ihr Nullpunkte machen, aber da kann ich das nicht diskutieren. Ich habe ein Marsch-Ausguch für euch und der heisst oben runter. Da müsst ihr euch einfach vorstellen, ein Bergkipfel, der uns da lohnt und zwischendrin ist Musik. Aber dass man keinen unten aufspielt, ist ganz klar. Gut, wo habt ihr die Instrumente? Hier, hier. Keine Harfe, nichts bei euch. Ihr wollt alles mit der Schnurre machen? Ja, danke. Da bin ich aber nicht dabei, das kann ich euch so sagen. Ich gehe, gehe essen. Danke. Danke. Danke.